Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Vielleicht müssen wir das irgendwie mal ein bisschen anders machen. Das ist noch nicht jedes Mal das Gleiche gefühlt. Vielleicht so wie bei der Maus. So, das war Russisch. Ja, hallo auch von mir. Hier ist der Erik. Ich grüße euch alle geschätzte HörerInnen und euch beiden natürlich. Und heute haben wir zwei Sneakfilme. Heute kriegst du auch zweimal das Sneak in der vergangenen Zeit. Und noch ein paar andere Sachen. Mensch, das ist ja ein volles Buch. Ach, ich sehe jetzt gerade Serien sind dazugekommen. Ach du meine Güte. Die eine will ich einfach gucken. Ei, ei, ei. Da kommt heute. Ach, zwei Trailer haben wir auch noch. Ei, 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 ei. Also bleibt dran, liebe HörerInnen, liebe Hörer. Und falls ihr manche Filme dann überspringen wollt, wenn ihr jetzt nicht gerade Spotify nutzt oder irgendwas anderes, dann habt ihr ja Kapitelmarken. Wir fangen gleich mal an mit der Sneak Preview von vor zwei Wochen. Das war Online für Anfänger. Ist das ein Hundefilm ohne Leine für Anfänger oder ist das Volkshochschulkurs, der Internetführerschein eher wahrscheinlich? Das ist so ein Film, wo man nicht genau weiß, warum der Titel so heißt, wie er heißt. Okay. Zumindest ging es mir so. Also David Lynch-mäßig so. Nee, ich würde sagen, es ist Lost in Translation, weil es ist eine französische Komödie online für Anfänger aus dem Jahr 2020, also eigentlich schon auch ein bisschen älter. Und, also wir haben die Schauspieler erstmal gar nichts gesagt, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht sagen sie dir was, Erik. Mit Benoit Delepin, also von Benoit Delepin so rum und mit Gustav Kerwin. Ich reagiere, wenn mir einer was sagt, ja. Mit Blanche Gardin, Dennis Poudalide und Corinne Massiero. Nee, sagt mir alles irgendwie nichts. Ja, dann willkommen im Club, würde ich mal sagen, weil wir haben die auch nichts gesagt, aber ist nicht so schlimm. Es geht eigentlich in der Hauptsache hier um drei Charaktere, um drei Menschen, die alle so ein bisschen einen Hauweg haben. Also wir haben, ja, da lachst du. Das ist wirklich so. Ich überlege gerade, in welchen französischen Komödien, die wir letztens hatten, haben die Leute keinen Hauweg. Ja. Marie hat, irgendwie wurde von ihrem Mann verlassen und der hat das Kind mitgenommen und das hat sie so überhaupt nicht verkraftet und ist jetzt in dem Haus alleine und muss alles mögliche Zeug verkaufen, damit sie sich finanziell über Wasser hält und macht halt auch ganz arg vieles online und ist so ein bisschen abgestürzt auch dann und geht dann eines Abends einen Saufen und verbringt dann unwissentlich wegen zu viel Alkohol die Nacht mit einem jüngeren Herren, der das alles gefilmt hat und sie dementsprechend auch dann erpresst und sagt, ja hier, ich möchte so und so viele Euros haben, sonst stelle ich das Ding online. Das heißt, sie muss das Geld auftreiben und hat damit schon das Problem mit online und was weiß ich was alles. Dann haben wir Bertrand, dem seine Tochter, ist ein Opfer von Cybermobbing an der Schule und deswegen so ein bisschen durchdreht auch. Der ist auch einer, der irgendwie immer Geld organisieren kann und immer Kredite bekommt, obwohl er eigentlich auch kein Geld hat und dann haben wir noch Christine, die bei einem VIP-Shuttle-Service arbeitet und immer schlechte Bewertungen im Internet bekommt und da dagegen vorgehen möchte. Die kennen sich halt von der Bewegung mit den, von der französischen Bewegung mit den Warnwesten. Ah. Ja, da haben sie sich schon zusammen demonstriert und was weiß ich was alles und sagen dann quasi dem Internet und diesen Bewertungen und den Videos hochladen den Kampf an, von wegen, ja wir müssen jetzt hier die Cloud löschen und und und. Engagieren dann so einen Hacker, der sich selbst Gott nennt, der allerdings auch nicht alles hinbekommt, bis auf die Bewertungen von Christine, die sich dann schlagartig verbessern und dass, dass sie dann auch kündigt und sagt, haha, aber ihr habt mir schlechte Bewertungen gegeben. Ähm. Und der große Showdown ist dann mehr oder weniger, dass Marie und Bertrand zu den großen Serverfarmen fliegen, um ihre Daten vor Ort zu löschen. Oh, wohin fliegen sie denn? Das betrifft mich ja beruflich hier. Naja, also Marie fliegt in die USA, in Silicon Valley und Bertrand, ich habe leider vergessen, wo er hinfliegt, weil er fliegt nämlich dann nicht dorthin, sondern fliegt zu einer Destination, wo seine, wo eine Telefonstimme, die ihn öfters anruft, bezirzt hat, um irgendwelche Verandas zu kaufen, mit der er öfters telefoniert, in Marokko, glaube ich, ich kriege es nicht mehr zusammen, und fliegt dann dahin. Ähm. Einfach um die Tatsachen, was online alles passieren kann. Es ist, ja, du merkst schon meine helle Begeisterung in der Stimme. Es ist jetzt kein absoluter Gassenhauer. Es ist sehr vieles einfach nur super verwirrend in dem Film. Ähm, die Charaktere sind, ja, ich will jetzt nicht sagen, lieblos gezeichnet, aber es ist weder dieses, okay, das könnte im Alltag auch wirklich so Leute geben. Ja, gibt es bestimmt auch. Also wir haben uns sehr beäumelt, als die Christine meinte, dass sie seriensüchtig ist. Und da haben wir uns im Kino wirklich, also da haben wir uns wirklich fast weggeworfen. Ähm, Kate jetzt nicht so, aber wir schon. Ähm, aber sie lacht selbst drüber. Die Szene war einfach so obstruß, weil sie war ganz fix und fertig und der Bertrand fragt sie, was ist los? Und dann sagt sie, ich bin süchtig. Und dann sagt er, oh Gott, Drogen. Und sie so, nein, schlimmer, Serien. Und ich, ich lache mich im Stuhl halb kaputt. Und dann fing sie an, ja, es hat ganz leicht angefangen mit Grey's Anatomy. Also ich weiß jetzt nicht, welche Serie sie gesagt hat. Ja. Und dann, und dann wurde es immer schlimmer. Und dann habe ich Prison Break geguckt und dann kam ich gar nicht mehr weg. Und, und, und Breaking Bad, das hat mir den Rest gegeben. Und ich konnte nur noch an die nächste Serie denken. Und ich, und alle haben, alle aus der Reihe von uns haben, haben mich angeguckt so. Und dann kriegst du so, ja, ja, er kennt sich wieder. Das klingt ja dann doch mehr nach Komödie, weil vorhin klang es ja ein bisschen dramatischer, dass die irgendwie ihr Video aus dem Internet kriegen will. Das ist halt so eine Mischung aus beidem. Ja. Aber. Eine Dramödie, die, also mich nicht wirklich mitgepackt hat. Weil, ich denke, das Grundthema ist relativ cool. Auch eine witzige Idee dahinter. Nur halt, die Umsetzung ist, mäh. Ja, mäh trifft. Ja, es fehlt irgendwie im Endeffekt dann doch an Tiefe oder dann doch wieder an Humor. Es ist einfach streckenweise so unfassbar skurril und, und, Fremdschämen und alles. Ja, aber auf eine, nicht so, Fremdschämen-Thema haben wir ja nachher auch noch in der Sendung kurz. Jerks. Ja. Das ist ja, das ist ja wirklich on point, einfach komplette Neben und drüber. Und, die sind halt nicht on point. Also, da, da fehlt es echt an vielem und an auch Zusammenhängen, die sich mir mal nicht erschlossen haben. Ich glaube, ich habe mal kurz, entweder habe ich kurz fünf Minuten gepennt. Oder ich hink wirklich kurz am Telefon und habe auf dem Internet gesurft. Ich habe gar nicht mitgekriegt, wo der Typ jetzt hinfliegt. Ich habe mir das dann kurz erzählen lassen auch. Also, er hat mich jetzt nicht so wirklich in den Bann gezogen. Er hat mich nicht wirklich gefesselt. Und, es war halt nett. Es war jetzt nicht wirklich groß mit Pipi Kaka. Es war, na, es ist halt so, es war so, es ist ganz nett. Es ist okay. Ja, du denkst, ja gut, der Film, der tut niemandem weh. Und so ist es dann halt im Endeffekt auch. Und, ob man den im Kino sehen muss, ich sage mal so, ich weiß es nicht. Weil, dann doch die Beschreibung oder der Filmtitel mit Online für Anfänger, wenn ich das lese, stelle ich mir halt was ganz anderes vor, wie das, was ich im Endeffekt bekomme. Ja. Und deswegen ist das für mich so ein bisschen irreführend. Da wäre interessant zu wissen, wie der Originaltitel wäre, und dann der Erik den mal übersetzt für uns. Ja, der Originaltitel ist FAC Listorik, also heißt so viel wie den Verlauf löschen oder so was, oder History löschen. Ja, guck, und schon geht es in eine ganz andere Richtung. Aber wer sich überzeugen möchte, kann das gern tun. Am 28.10. läuft er nämlich erst an im Kino. Also noch ein bisschen voraus gewesen, diese Sneak Preview. Und der scheint wohl in Frankreich ganz gut angekommen zu sein. Zwar nicht so die riesigen Einschaltquoten, Besucherzahlen. Da hat sie jetzt auch erst wieder angefangen im Kino. Also man kennt tatsächlich einige von den Darstellern so aus Nebenrollen von irgendwo anders her. Also ist sogar Jean-Duy Chardin mit dabei gewesen, der ja mal den Oscar gewonnen hat für diesen The Artist hier, den Film. In einer kleinen Nebenrolle. Und der Benoît Perverde hat mitgespielt. Der hat irgendwie den Amazon, nee, wie heißt Amazoninas, Briefboten oder sowas gespielt. Es steht hier, ja, Durchschnittswertung hier 2,3 von 5 oder 5,8 von 10 lese ich hier so in verschiedenen Portalen. Denn ich glaube, das trifft es ganz gut hier, wenn ich auch eure Bewertung so sehe. Ja, also ich bin bei, was habe ich gegeben? 5, glaube ich. Einfach weil, er tut niemandem so arg wirklich weh. Die Idee an sich ist witzig, die Umsetzung ist halt eher kacke. Und ja. Ich gebe ihm drei Punkte, weil mich tatsächlich außer dieser Szene mit der Seriensucht nichts wirklich gefesselt hat oder interessiert hat. Ich fand den Film ziemlich belanglos, ehrlich gesagt. Und gerade die Hauptdarstellerin, also die Frau, die dann dieses Video löschen will, weiß ich nicht, fand ich einfach nur dumm. Deswegen nur drei Punkte. Gab es nochmal so einen Film mit Cameron Diaz und mit dem Marshall hier von How I Met Your Mother? Ja, ja. Sex Tape oder sowas. Genau. Genau, so ein Blödsinn da. Es ist in der Cloud. Niemand versteht die Cloud. Aber kleiner Tipp, man muss nicht nach Amerika fliegen. Die Surfer stehen mittlerweile in Europa wegen Datenschutzgrundverordnung. Das ist doch nicht so nett, ne? Ja. Musst du Däne sagen? Ja, ja. Na gut. Selbst in Frankreich gibt es einige. Die haben sogar in Marseille, in ehemaligen U-Boot-Bunkern oder sowas, haben sie welche reingebaut. Weil das natürlich gut ist mit Wasserkühlung und so. Naja, ihr habt ja noch eine Sneak gehabt. Den habe ich ja richtig getippt. Da habe ich nämlich quasi im Urlaub die Metropols-Sneak-Gruppe gelesen. Habe nur einen Tipp abgefeuert. Das glaube ich nicht, dass du die Metropols-Sneak-Gruppe gelesen hast. Die Chloria-Sneaker. Ja, das glaube ich eher. Der alten Denke hier. War nämlich der Tipp ein bisschen kühl hier. Und ich habe gedacht, okay, das kann doch der neue Lehm Niesen sein. Komischerweise wurde dann wahrscheinlich, weil der Peter, der hatte das mit Link versehen, der wurde später erst freigeschaltet. Ich war nämlich der Erste eigentlich, der da getippt hatte. Und dann stand plötzlich der Peter vor mir. Wahrscheinlich hat den von euch jemand freigeschaltet, den Link. Ja, also der James-Bond-Tipp. Na, ist nicht mehr witzig langsam. Ja, jetzt ist der. Nee, das ist durch irgendwie. Hoffentlich läuft er bald an, damit es Ruhe ist mit diesen Tipps. Die Ice Road mit Liam Niesen. Geht das da, da gibt es doch hier auf D-Max, ist das glaube ich hier, ja, ich habe den Film eh nicht gesehen. Ich habe nur eine Frage. Da gibt es auf D-Max die Filme, wo die hier mit irgendwelchen Trucks durch Sibirien fahren und wo es kaputt geht und alles reparieren müssen. Ist das sowas hier? Nicht ganz. Aber man hat so das gleiche Feeling. Denn diese D-Max-Serie, die du ansprichst, habe ich schon gesehen. Und deswegen bin ich sehr glücklich gewesen, dass die Ice Road im Kino dann lief. Es geht, eigentlich ist es eine ganz relativ simple Geschichte. Es gibt im Norden Kanadas eine Diamantenmine. Und innerhalb dieser Diamantenmine gibt es eine Explosion und die Stollen stürzen ein. Und da sind dann, weiß ich nicht, 26 Personen eingeschlossen. So, das Problem ist, dass es Ende August ist. Und Ende August sind die Zufahrtswege etc. Oder Ende April, Entschuldigung, Ende April. Alles nicht mehr ganz so easy. Das heißt, der schnellste Weg wäre über die sogenannte Ice Road. Das bedeutet, über einen zugefrorenen See. Dadurch, dass es aber schon so spät im Jahr ist, fängt er schon an zu tauen. Aber es geht hier um Stunden. Wir reden hier von, man hat ja ausgerechnet, dass ab dem Einsturzpunkt, den ja Sauerstoff nur noch für knapp 30 Stunden reicht. Und dementsprechend müssen sie einfach die schnellste Route fahren. Und Lawrence Fishburne spielt einen Trucker-Inhaber, also der hat so einen Fuhrpark. Der dann zusammen mit so einem Rettungsbeauftragten, was weiß ich was für ein Typ war, versucht, da ein Team auf die Beine zu stellen, die dorthin fahren. Und er kennt da ein paar Leute und hat dann eben so einen Aufruf gestartet. Und auf diesen Aufruf melden sich auch Liam Neeson und sein Bruder, der nach einer schweren Hirnverletzung ein Defizit hat. Also der kann nicht mehr richtig reden. Der redet nur noch bestimmte Wörter. Und die ergeben aber auch nur für den Sinn, der ihn kennt. Also man muss die Person kennen, um rauszufinden, was er eigentlich sagen will. Aber er ist ein total lieber Kerl. Und die zwei Brüder harmonieren ganz gut miteinander. Auf jeden Fall melden sie sich auf diesen Job. Und so werden die beiden dann auch in das Team aufgenommen. Zusammen mit noch einer jungen Dame, die nennt sich im Film die Tentu. Und ich möchte kurz erwähnen, wie die im realen Leben heißt. Die Schauspielerin heißt nämlich Amber Midsunder. Und die bilden alle ein Team und fahren dann mit drei identisch bestückten Trucks los. Warum drei identische Trucks? Das heißt, wenn unterwegs was passiert, genau Resonanz, wenn unterwegs passiert, muss irgendwie einer noch ans Ziel kommen. Und sie fahren los, haben dann noch so einen Anwaltstyp dabei von der, glaube ich, von der Versicherung der Mine oder so, keine Ahnung. Oder von der Firma von der Mine. Den haben sie auch noch mit dabei. Der soll unterwegs, klar. Haben sie da auch drei Anwälte dabei oder nur einen? Nee, nur einen. Das ist nur einer, der da halt mitkommen soll, um eben die Firmeninteressen zu vertreten. Whatever, warum auch immer. Warum auch immer wird irgendwann übrigens da erklärt. Und die fahren dann los, im Schneckentempo gefühlt. Fahren sie da auf den Weg zu dieser Ice Road. Und klar, unterwegs passieren Dinge. Der eine oder andere Truck geht, bricht durchs Eis. Menschen gehen verloren, etc. pp. Aber warum das passiert, das ist nämlich das größere Geheimnis dahinter. Was ich natürlich nicht verraten werde. Aber es ist nicht immer nur die Ice Road, die schmilzt. Das muss man dazu sagen. Banditen. Vielleicht. Terrorismus. Da gab es doch mal Steven Seagel auf brennendem Eis. Kennt das noch jemand? Boah. Auf Alaska. Aber das Schöne war halt, dass sowohl Fabi und Kai ja auch diese Alaska-Serien so gerne gucken. So wie ich ja auch. Unter anderem die Ice Road Truckers. Und dann gab es dann eine Szene, da müssen die quasi einen der Trucks wieder auf die beide stellen. Der ist umgekippt. Und ich habe mir so gedacht, wie machen die das? Und der Chris dann von links gleich winden. Und die Jungs neben dran, das ist gar kein Problem. Chris und der Neckarmann, die spielen doch immer hier das Spiel mit denen. Gibt es übrigens gerade ein Update. Oder neue Dings, eine neue Season. Sehr cool. Wie heißt das gleich nochmal? Snowrunner oder so, ne? Snowrunner, ja. Snowrunner. Und tatsächlich ist es so, dass der Film, also mir hat er extrem gut gefallen, weil ich einfach dieses Grundthema geil fand. und okay, die Dialoge gewinnen keinen Oscar. Oh nein, oh nein, oh nein. Es ist halt ein genießen Film. Die Dialoge sind teilweise sehr Banane. Aber der Grundfilm hat mir einfach echt gut gefallen, weil dann auch so ein kleines Wettrennen ansteht, weil sie müssen ja rechtzeitig ankommen mit diesen Hindernissen, die sie bewältigen müssen und etc. Und dann wird ja auch immer wieder in die Mine geschalten, wie Szene da geht. Und da geht es dann auch intern darum, ja, wir hätten ja viel mehr Sauerstoff, wenn wir einfach ein paar von uns reduzieren würden, die eh schon krank sind oder Fieber haben oder irgendwelche Verletzungen haben. Man kann die auch essen, da hat man gleich Nahrung. Ja, zum Beispiel. Und dir wird dann irgendwann relativ schnell klar, dass da mehr dahinter steckt als einfach nur ein Unfall. Und zwar in beiden Geschichten. Also sowohl auf dem Weg der Trucks als auch der Unfall der Mine. Und das fand ich dann doch ganz interessant. Und ja, ich mag so Filme. Das gefällt mir einfach. Ich mag Alaska. Also um das mal ganz kurz hier einzuordnen, was das mit den Kommentaren, also mit den Kommentaren, mit den Dialogen angeht. Das war irgendwie, ist was, was draußen gewesen. Riesen-Tam-Tam. Liam Neeson steigt wieder zu seinem Bruder in den Truck, schaut ihn an und sagt, Alles klar. Jetzt ist es was Persönliches. Diese 80er-Jahre. Und das ganze Kino, lol. Also wirklich, das ganze Kino, das war so, lol. Ja, aber ich habe dem Film diese miesen Kommentare verziehen, weil er einfach ein geiler Alaska-Ice-Road-Action-Kracher war. Ich habe es gefeiert. Mir hat der Film richtig gefeiert. Und ich glaube, meinen Ice-Road-Kumpeln zwei, drei Sitze neben mir auch so. Das ist doch schön, wenn da solche Dialoge drin sind. Ich meine, ich glaube, das klingt jetzt eh nicht so, als würde sich das so wahnsinnig ernst nehmen, das ganze Ding. Und wenn da noch solche Dialoge reinkommen, dann bin ich eigentlich auch so dafür. Das hat so was Trashiges, so B-Ware aus der Videothek. Kann ich damit connecten, mit sowas, mit solchen Dialogen? Ja, aber, ja, also das war das, wo ich gesagt habe, okay, also scheiße, die Dialoge sind echt teilweise aus der Hölle emporgestiegen und haben sich in den Film reingeschmutet. Das war, das war schon relativ heftig hässlich. Aber ansonsten, es ist ein Action-Film, es ist relativ cool gemacht, auch mit den Wellen unter dem Eis und den Aufnahmen von unter dem Eis, wenn die Trucks drüber fahren. Also diese Sachen, wo da gemacht wurden, das ist schon cool. Es kommt schon eine relativ kühle Atmosphäre einfach auf und das ist nicht schlecht. Die Story an sich, ja, okay, man muss halt irgendwie, ich glaube, so die Grundidee war, hey, wir haben Liam Neeson und wir haben Ice Road Trucks. Geile Kombi. Ja, wie kriegen wir da jetzt noch eine Story drum gebastelt? Und so wirkt es halt leider auch ein bisschen, dass die Story drum herum gebaut wird. Aber schon schöne Bilder, teilweise ein bisschen Hanebüchen, auch was die zeitlichen Abstände angeht, wie die umherfahren und wie schnell die dann teilweise sind und wie langsam dann doch wieder nicht und, und, und. Das ist ganz cool. Das ist wirklich ganz cool. Also es ist so ein bisschen Kopf abschalten und reinhocken und genießen. Ich versuche gerade rauszufinden, wie der am Original heißt, weil in der IMDb finde ich den nicht. Ach, The Ice Road heißt der am Original. Ja, The Ice Road. Ich war jetzt, ach, so, weil wir die ganze Zeit über Ice Road Trucker, siehst du? The Ice Road. Guck mal. Ich will nämlich wissen, wer den überhaupt gedreht hat oder so. Vielleicht ist das ja Jonathan Hensley. Nee, wer hat denn, was hat denn der noch gemacht? Writer, hat einige Writer-Credits. Als Director hat er The Punisher gemacht, 2004. Das war doch der, hier, der mit Dings hier mit Thomas Jane und John Travolta damals, glaube ich, ja. Der alte Punisher-Film. Da gab es, glaube ich, jetzt mal, haben sie endlich mal den Uncut-Release gehabt. Okay, also nicht so, puh. Aber als Kameramann war er dabei und Writer bei Armageddon, Die Hard with a Vengeance, The Saint. Naja, klingt ja ganz spannend. Wäre ich mal mit vormerken. Genauso wie den anderen, den merke ich mir auch vor, den Online für Anfänger. Ich glaube, da gucke ich mal rein, wenn der dann auf Sky irgendwann läuft oder so. Da kann man sich den, glaube ich, mal geben oder im Streaming irgendwo, falls ich es nicht vergesse. Aber die Ice Road klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wann läuft ein Ice Road eigentlich dann im Kino? Weiß das gerade jemand? Ähm, ich kann mal kurz gucken. Premierendatum 14. Oktober. Also auch demnächst dann schon so. Ja. In einem Monat ungefähr. Merkt euch das dann mal vor. Und habt ihr schon Punkte gegeben gehabt? Äh, ich gebe ihm sieben. Ja, da bin ich auch dabei, weil das war schon ordentlich. Klingt nach einem guten Sneak, finde ich. So ein paar. Ja, für den Sneak war es top. Ja, ja, paar Stars, paar dämliche Dialoge, wo man ein bisschen lachen kann, ein bisschen Action und so. Und ich glaube, der geht auch nicht so lang, oder? Wie lange? Das geht. Also es ist jetzt kein zwei Stunden E-Post. Entschuldigung, ich habe gerade ein Stück Kaffee genommen. Der hat, nee, nee, glaube 90 Minuten. Ein bisschen mehr. Eine Stunde 49, das ist auch erträglich. Ja. Nichts ist schlimmer in der Sneak, als dann irgendwelche langwierigen Dramen, wo sich dann welche so minutenlang nur in die Augen gucken und nichts geschieht und so. Ja, aber das klingt nicht danach. Also die Ice Road, Vormerken, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und beide Filme, die jetzt vorgestellt wurden in der Sneak Preview, Online für Anfänger und die Ice Road, liegen noch ein bisschen in der Zukunft, vom Starttermin her. Das heißt, ihr könnt durchaus die Chance haben, den irgendwo in der Sneak Preview noch zu erwischen, den einen oder anderen Film. Und wie sieht denn jetzt eigentlich der Tipp aus für die morgige Sneak Preview Nummer 1077? Äh, ich bin unvorbereitet. Steht im Dokument. Ah, Entschuldigung. Ich muss nur aufs Dokument klicken. Ja, guck mal, ich war es so vorbereitet. Nichts ist so, wie es mal war. Sind da schon irgendwelche Hinweise eingegangen? Ich gucke, ich klicke und muss leider sagen, nein. Hm. Keine Tipps. Wahrscheinlich muss ich mal wieder die Rolle anstoßen, damit das hier so weit geht. Nichts ist so, wie es mal war. Hol mal deine Schrotflinte raus. Naja, noch nicht. So, jetzt gucken wir doch mal schnell so bei VDF-Kino rein, in die Kinostarts der kommenden Wochen. Jetzt waren wir ja immer schon im Oktober vielleicht. Hm. Nichts ist so, wie es mal war. Hm. Hinterland. Ja, komm, Hinterland. Hier ist das mit die Ice Road die Woche. Vielleicht eine Woche vorher mal gucken. Hm. Na, nee. Ich komme jetzt nicht so schnell auf irgendwas. Vielleicht sogar Venom. Let it be Carnage. Nichts ist mehr so, wie es mal war. Das könnte sein. Hä? Das wäre doch cool, oder? Aber da dürfte nicht das sein. Ja, genau. Absoluter Blockbuster, der bestimmt mir das nicht glaubt. Ja, ja. Sehe ich nicht. Sehe ich ähnlich. Gut hingegen. Black Box. Gefährliche Wahrheit. Was ist das? Studio Kanal. Das könnte kommen. Na, mal sehen. Ich muss da mal noch ein bisschen in mich gehen. Und was da so eventuell anläuft. Und mal ein bisschen in die Sachen reinlesen. Ich bin da noch nicht ganz wieder up to date. Aber wo wir up to date sind, sind bei den gesehenen Filmen. Da gucken wir doch gleich mal rein. Da sind noch ein paar top aktuelle Sachen dabei. Ein Kino. So, ihr habt ja, Cruella ist doch auch ziemlich neu, ne? Ja, den habe ich geguckt. Ja, ja. Sehe ich ja hier. Ich habe Cruella geguckt. Den gab es eine ganze Zeit lang bei Disney Plus im VIP-Zugang. Ich habe aber gewartet, bis er frei verfügbar ist. Und es ist quasi die Vorgeschichte zu 101 Star Martina. Emma Stone spielt die junge Cruella, beziehungsweise eigentlich heißt sie Estella. Und Estella wird mit einem Gendefekt geboren. Sie hat nämlich auf der einen Seite schwarze Haare, auf der anderen Seite weiße Haare, genau in der Mitte geteilt. Und es muss deswegen von ihrer Mutter auch immer gezwungen werden, eine Mütze zu tragen, weil die Leute gucken sie sonst böse an. Und verhalten sie für schräg und so. Und schon in jungen Jahren entwickelt sie so einen eigenen Style für Mode. Also sie geht auf ein Internat, wo auch bestimmte Kleidervorschriften herrschen, auch so Blazer und so. Und sie ändert es immer relativ schnell schon um und macht ihr eigenes Ding draus. Und ist auch ein bisschen so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Und nach einer größeren Aktion an ihrer Schule und einem Gespräch mit dem Schulleiter und der Mutter, weist ihre Mutter sie doch bitte darauf hin, sie soll mehr Estella sein und nicht immer Cruella rauslassen. Was so darauf hinweist, dass es wohl schon öfter vorgekommen ist und sie dieser anderen Seite von ihrer Tochter quasi einen anderen Namen gegeben hat. Und diese kleine gespaltene Persönlichkeit versucht dann immer wieder ans Tageslicht zu kommen, bis sie dann tatsächlich als Erwachsene in London lebt, zusammen mit, also ihre Mutter stirbt, das muss man dazu sagen, ihre Mutter stirbt und wird ermordet aus ihrer Sicht. Und sie ist dann ein Waisenkind, beziehungsweise schlägt sich dann zusammen mit zwei anderen Jungs auf der Straße durch. Und die ergeben dann so ein Team. Und die werden dann gemeinsam erwachsen. Dann gibt es so einen Cut im Film, wo dann Emma Stone auftaucht als Erwachsene. Sie hat sich in der Zwischenzeit die Haare gefärbt oder trägt eine Perücke und lebt als Estella. Ein sehr, sehr bescheidenes Leben, will aber immer in die Modewelt zurück. Sie kriegt dann noch einen Job in so einem großen Modehaus in London. Was geführt wird von einer, oder was einer Baronin gehört. Und sie fängt da an, ganz unten in der Putzkolonne zu arbeiten und versucht sich dann aber hochzuarbeiten. Und wird dann auch, ihr Talent wird dann auch entdeckt auf sehr ungewöhnliche Art und Weise. Und so arbeitet sie dann tatsächlich für diese Baronin direkt in der Kreativabteilung. Und das triggert wiederum ihre andere Seite. Und Stück für Stück kommt Cruella ans Licht und sticht die Baronin quasi aus, ohne dass die Baronin weiß, dass sie das wirklich ist. Also sie lebt quasi dann zwei Leben als Estella und als Cruella. Und bis sie sich dann irgendwann entscheidet, tatsächlich Cruella zu werden. Und dann wird eben noch aufgeklärt, was mit der Mutter passiert ist und wie das alles zusammenhängt. Und ja, es ist quasi wie eine Entstehungsgeschichte dieses Bösewichts aus 101 der Martina. Ist ganz süß gemacht, hat mir ganz gut gefallen. Es kommen keine Tiere zu Schaden, was mir sehr wohlgefallen hat. Was ja in Disney-Filmen sonst immer passiert. Naja, im Endeffekt, es geht ja darum, in 101 der Martina... Hallo, König der Löwen. Will sie ja die Dalmatine, das Fell abziehen und einen Mantel draus machen oder eine ganze Kollektion draus machen. Und das kommt, also das wird kurz mal angeteasert, weil die Dalmatiner von der Baronin tatsächlich im Endeffekt auch schuld sind am Tod ihrer Mutter. Und deswegen mag sie keine Dalmatiner. Aber es passiert den Hunden nichts. Also sie entführt die auch mal, aber es passiert ihnen wirklich nichts. Es wird auch aufgezeigt, sie werden auch gezeigt. Also es ist alles gut. Sie hat keine Tiere getötet. Worüber ich sehr froh bin, weil sonst würde es den ganzen Film kaputt machen. Aber ja, es zeigt einfach, warum und wieso sie so geworden ist. Aber ich glaube, mit den richtigen Entscheidungen und mit den richtigen Leuten an ihrer Seite wäre sie vielleicht auch eine gute Person geworden. Ja, genau. Das ist der Film Cruella. Kann man klicken. Ist jetzt keine große Offenbarung. Ich mag Emma Stone sehr, auch in der Rolle, als bisschen durchgeknallte. Tut keinem weh, macht Spaß. Es ist ganz schön. Kann man angucken. Puh, also mich, ich weiß nicht, die Story oder so, das reizt mich gar nicht. Also deswegen, ich habe es auch schon gesehen, dass es das gibt und so. Ich fand doch ehrlich gesagt, diesen 101 Dalmatiner-Film immer nie so, den habe ich irgendwie einmal gesehen. Das reicht auch, während ich andere Disney-Filme... Welche jetzt, die Realverfilmung oder das Original-Comic? Sowohl als auch, also das Original habe ich irgendwie mal gesehen und dachte, okay, ich mag auch Dalmatino nicht ganz so irgendwie als Hund. Also ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich mir Cruella anschaue. Das Schöne an dem Film ist, es taucht auch Anita Darling auf, also die ja später dann als Erwachsene ihren Mann hat mit dem anderen Hund, mit Pongo und Perdita. Und die tauchen übrigens auch auf als Welpen. Und die zwei, die Cruella hat auch in dem Film diesen großen, dünnen Kompagnon und den etwas kleineren Dicken. Und die zwei sind quasi die Jungs, mit denen sie auf der Straße groß geworden ist. Das wird quasi auch aufgegriffen im Film. Ich glaube, es erzählt ein bisschen die Geschichte, ein bisschen anders als gedacht. Also, weil Anita Darling ist jetzt zum Beispiel in den Comics ja eine blonde-Weiße. Und jetzt in Cruella ist es eine schwarze Journalistin. Ich glaube, du kannst mit den Filmen mich nahe bringen. Irgendwie klappt es nicht. Ja, das ist halt auch ein bisschen modern gemacht. Oder hast du mitgeguckt? Nee, ich habe nicht mitgeguckt. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich ihn geguckt habe. Geht ja über zweieinhalb Stunden oder so. Also, ich werde auf jeden Fall, denke ich mal, mal reinschauen. Also, ich finde es schon ganz cool, auch was Kate jetzt gesagt hat. Das interessiert mich dann schon. Okay. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, weil... Allein wegen Emma Stone? Ja, also Emma Stone ist halt, ja, ist halt ein Verkaufsargument bei mir. Ja, und einfach auch eigene Meinungen mal drüber bilden. Also, klar, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, geil, oh mein Gott, muss ich sehen, muss ich am besten dreimal sehen. Sondern ich gucke es mir an und dann weiß ich Bescheid und ja. Zweieinhalb Stunden? Ja. Okay. Ich habe schon längere Sachen angeschaut. Was gibst du denn an den Punkten, Kate? Da steht nichts drin. Ich gebe ihm Josh schon tatsächlich acht Punkte. Oh, okay, vielleicht muss ich doch mal reingucken. Ach, hat mir doch sehr gut gefallen. Okay. Dann mache ich mal ein. Ich habe hier bei uns im Hotel, da gab es so einen Premium-Fernsehsender. Da habe ich A Quiet Place 2 geschaut. Da habe ich ein bisschen gewundert, dass der da schon läuft. Aber das war, weiß nicht warum, keine Ahnung. A Quiet Place 2. Wir haben ja damals A Quiet Place 1 in der Sneak gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Und widerspricht niemand? Okay, scheint das so zu sein. Nein, 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 hatten wir, hatten wir. Das hat uns ja ziemlich umgehauen, wenn ich mich recht erinnere. Also ich war total geplättet. Ich habe den mittlerweile auch ein paar Mal noch geschaut sogar. Wenn der irgendwo lief auf Sky und so. Weil ich fand dieses Setting, dieses, man wird ja so direkt reingeschmissen in diese Familiensituation, dass die immer nur schleichen müssen. Wir erfahren dann, was ist, dass da irgendwelche Viecher auf der Erde sind, die eben sehr gut hören können, aber nichts sehen können. Und diese Familie muss sich damit irgendwie arrangieren. Und hat sich da auf so eine Farm zurückgezogen, wo sie eben ganz still leben, Sand ausgestreut haben auf allen Wegen, damit sie keine Schritte verursachen. Und es gab dann auch so eine familiäre Tragödie. Und in A Quiet Place, achso, am Ende von, oder mittendrin, oder erfahren wir bei A Quiet Place 1, dass die Frau schwanger ist. Und jeder weiß ja, okay, Kinder machen ein bisschen Lärm und gerade Geburt und so weiter. Das ist kein stiller Prozess, wo man schon weiß, okay, das läuft auf ein wirkliches Finale hinaus bei A Quiet Place 1. Oder damals hieß es ja noch nicht 1, weil sie ja, war eine relativ kleine Produktion. Ein independent, aber ein ziemlicher Hit geworden, sehr hohes Einspielergebnis. John Krasinski, der auch mitgespielt hat im Film mit Emily Plunt in der Hauptrolle. Und ja, hier in A Quiet Place 2, ich hatte ein bisschen Bedenken gehabt, weil ich dachte, okay, wie kann man diesen A Quiet Place 1, der für mich schon relativ perfekt dran war an einem wirklichen, nicht nur Horrorfilm, sondern, ja, ein rundum, ein richtig spannender Film, was eigentlich wenige Horrorfilme mittlerweile bei mir schaffen, mich richtig in den Bann zu ziehen, weil ich einfach schon zu viel gesehen habe. Wie kann der das schaffen? Und hier ist es so, in A Quiet Place 2 wird am Anfang relativ schnell Tag 1 erzählt. Wie ist das passiert? Was ist da passiert? Was ist da geschehen? Wie kamen diese Viecher da hin? Und ich will es nicht spoilern, obwohl es gleich am Anfang ist. Das ist aber gut, weil das habe ich mir schlimmer gefragt. Und das wird gleich am Anfang gezeigt in richtig coolen Szenen, wie auch die Menschen sich mit dieser hereinbrechenden Bedrohung auseinandersetzen, wie die adaptieren, was ist da passiert und wie die lernen, damit umzugehen und wie natürlich auch Opfer zu beklagen sind. Und ja, dann macht es wieder so einen Schnitt. Da sind wir, glaube ich, bei Tag 400 Knipse was. Also das Kind ist jetzt schon da, das Baby. Wie haben sich die damit arrangiert? Also es springt quasi nach Teil 1 wieder. Und sie haben dann für das Kind so eine schalldichte Kiste gebaut mit Sauerstoffversorgung, wo sie das auch mitnehmen können. Und wenn Gefahr droht und das Kind irgendwie schreit, dass sie das irgendwo reintun können, damit da nichts passiert. Und wie kommen sie damit klar? Und sie müssen natürlich auch sich aus ihrer Gegend wegbewegen. Und da hat man ja schon im Teil 1 gesehen, dass da irgendwo in der Ferne auch so Leuchtfeuer angezündet wurden. Und so begibt sich dann die jüngere Tochter dann mal auf den Weg dahin, weil sie denkt, okay, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, sich mit anderen zusammenzuschließen. Und wer schon mal irgendwie so Serien oder irgendwas geschaut hat, The Walking Dead zum Beispiel, gerade so in diesen Endzeit-Szenarien ist ja so, irgendwie jeder kämpft für sich alleine. Und jede Gefahr oder jeder, der von außen in irgendeine Gemeinschaft reinkommt, wird erst mal extrem beäugt. Und man weiß auch nicht, diese Personen, die sich irgendwo arrangiert haben in Gruppen, wie gehen die damit um, wenn jetzt plötzlich jemand Fremdes kommt? Ja, sind die vielleicht schon irgendwie Kannibalen geworden? Sind die extrem feindselig? Wollen die niemanden haben? Wollen die Ressourcen für sich selber nutzen? Oder sind die freundlich? Wollen die jemanden aufnehmen? Und ja, diese ganzen Sachen spielen da mit rein. Und ich fand es wieder extrem spannend. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie kann da ein zweiter Teil kommen, wo man schon eigentlich alles kennt und gesehen hat. Und das ist wirklich wieder nah dran an der Perfektion, dieser zweite Teil. Und der hat mich wirklich umgehauen. Es war so spannend. Und der geht auch nur eine Stunde 30 oder so und packt da wieder so viel rein. Und gerade bei solchen Endzeit-Szenarien sind ja vielfach so Szenen, wo man denkt, oh Gott, ist das dämlich und so. Aber hier war es eigentlich auch wieder nicht so, sondern wo man denkt, okay, die handeln eigentlich so, wie man es jetzt tun würde. Und es passieren überraschende Dinge, wo man aber sagt, die machen Sinn. Und es kommen auch neue Darsteller mit dazu. Cillian Murphy zum Beispiel spielt da, den ich auch sehr mag, spielt da eine extrem gute Rolle. Hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Der läuft ja, glaube ich, sogar in manchen Ecken noch im Kino. Oder halt jetzt hier schon im Pay-Per-View oder so. Also ich würde ihn unbedingt empfehlen zu schauen. Ich weiß nicht, wer es gleich schauen möchte, kann das ja schon tun. Ich glaube, bei irgendwo Amazon Prime kann man den schon kaufen und ausleihen. Sky auch. Ich glaube, bei Sky kann man das gerade. Oder ein bisschen warten, dann kommt der ganz normal irgendwo. Aber es ist wirklich sein Geld wert. Und wer den noch im Kino sehen kann, unbedingt im Kino gucken. A Quiet Place 2 hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ich gebe da 8,5 von 10. Aber ich war auch schon von Teil 1 extrem begeistert, muss ich dazu sagen. Wer mit Teil 1 nichts anfangen konnte. Weil man kann Teil 2 tatsächlich, ich habe mich immer gefragt, kann man den gucken ohne Teil 1 gesehen haben. Eigentlich ja, weil er die Vorgeschichte erzählt. Aber ich würde es schon empfehlen, den 1 noch zu gucken. Den gibt es bestimmt auch irgendwo zum Streamen oder so. Den will ich auf jeden Fall auch sehen. Jetzt hast du mir noch mehr Bock drauf gemacht. Absolute Empfehlung. Ey, das war so spannend. Voll gut. Chris hat auch noch was zum Runterkommen hier. Ein bisschen was Entspannendes. Was hast du denn geschaut? Entspannend ist natürlich geil als Überleitung. Ich habe mir tatsächlich Tom und Jerry angeschaut, auf Sky läuft der aktuell. Weil der Erik gemeint hat, ich habe den Trailer gesehen und das sieht eigentlich ganz witzig aus und bla bla bla. Und ich habe das dann auch gesehen. Und es ist halt diese alte Verbundenheit mit Tom und Jerry. Ich habe da immer noch Assoziationen. Also hier nicht nur mit vielen Dank für die Blumen, wenn das Lied läuft oder wenn man das irgendwo hört, sondern tatsächlich auch noch dieses... Fun Fact, läuft nicht mehr, wenn die Serie läuft. Weil da haben sie keine Rechte mehr dafür. Genau wie bei den Schlümpfen haben sie das Lied nicht mehr drin. Das ist furchtbar. Ganz furchtbar. Ja, okay. Das ist wirklich furchtbar. Oder halt auch, da gab es auch noch so eine andere Adaption von Tom und Jerry mit den kleinen Filmchen, wo der Entertainer immer lief. Wo sie im Kino waren. Das fand ich auch immer ganz cool. Also das war für mich, Tom und Jerry hat mich in meiner Kindheit einfach so ein Stück weit begleitet. Und da habe ich gedacht, okay, geben wir doch dem Ganzen mal eine Chance und schauen uns das mal an. Und Tom und Jerry spielt also jetzt in der Neuzeit. Und was ich vom ersten Moment in den ersten paar Minuten auffällig, aber dann extremst cool fand, also wirklich extremst cool fand, ist, alle Tiere in diesem Film sind animiert. Also die Menschen sind alle echt und alles, aber alle Tiere, sei es andere Hunde, mit denen die Leute spazieren gehen, oder die Vögel, die am Anfang irgendwie ein komisches Lied singen, was ich jetzt auch nicht gebraucht hätte, aber sei es drum, das ist halt wieder Kinderservice. Aber alle Tiere sind animiert oder halt gezeichnet. Und das ist richtig cool. Also das versetzt einen dann wirklich so in so eine Welt mit, okay, wir sind in einer realen Welt, aber Tiere an sich gibt es halt so nicht, sondern die sind halt so Zeichentrickfiguren. Und das ist okay, oder es ist halt einfach die Ansicht für die Welt, die man dann bekommt. Und das ist okay, das funktioniert für mich eigentlich ganz gut. Wer sich immer schon gefragt hat, wie es denn zu dieser Rivalität kam zwischen der Katze und der Maus, den sei gesagt, auf jeden Fall den Film mal anschauen, da wird man nämlich feststellen, dass ja, nicht immer hier Tom der Böse ist eigentlich, sondern Tom kommt da in New York in diesen Stadtteil und verarscht so ein bisschen die Leute, weil er tut so, als ob er eine blinde Katze ist, die Klavier spielt oder halt Keyboard spielt. Und die finden es immer so, oh toll, oh die Katze, oh guck mal, bla bla bla, und überhaupt, und blib blub blub, und ja, 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 und das ist eigentlich ganz cool. Und der macht halt da sein Ding, also ja, er ist so ein kleiner Trickbetrüger sozusagen, macht aber sein Ding. Und dann kommt eben Jerry und sieht das und denkt sich, geil, da kann ich auch mit Geld machen, weil ich suche eine neue Wohnung und alles. Und macht dann einfach aus Tom the Blind Cat einfach Jerry the Dancing Mouse und tanzt quasi zu der Musik von Tom einfach mit, stellt seinen eigenen Becher auf und kassiert richtig Kohle. Nee, dass das Tom natürlich nicht passt, wen hätte es überrascht? Also, kurz gesagt, Entschuldigung die Wortwahl, aber Jerry ist so ein richtig kleiner Wichser. Ja, er ist ein richtig kleiner Wichser. Und dass Tom da keinen Bock drauf hat, kann ich auch irgendwo verstehen. Und es gibt halt einen Streit zwischen den beiden, weil Tom natürlich seinen Platz für sich haben möchte und alles, statt dass man zusammenarbeitet. Nee, geht er für sich. Weil klar, wenn man da so einfach sich jemand reinschleicht und munter mitmachen möchte, dann ist jeder mal so pissig. Man hätte auch einfach fragen können oder das einfach zusammen aufziehen können. Und im Endeffekt geht dann Toms Klavier zu Bruch oder sein Keyboard zu Bruch, was natürlich auch nochmal echt hart ist. Also seine Einnahmequelle ist dann auch völlig dahin. Also Tom verliert wegen Jerry eigentlich erstmal alles. Und Jerry flüchtet dann vor Tom und flüchtet sich in ein Hotel und kommt da unter. Und Tom möchte natürlich in das Hotel rein. Und in diesem Hotel findet am Wochenende das Turnier, die Hochzeit des Jahrhunderts statt oder des Jahres statt mit irgendeinem Promi-Pärchen. Und die suchen dafür Leute. Und da kommt Chloe Grace Moise auf den Plan, die eben auch so wie so eine Trickbetrügerin ist und sich da mehr oder weniger reinschleicht ins Hotel und dann auch Angestellte des Hotels ist. Und wie es dann natürlich so kommt, Jerry hat Hunger, Jerry geht in die Küche, da arbeitet Mr. Chow. Von, 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 ja, von, von, äh, Community, danke, genau. Und der natürlich, wö, eine Maus in meine Küche und, äh, so kann ich nicht arbeiten und blub, blub. Und so wird Chloe Grace Moise eben zur Mäusejägerin und tut sich natürlich mit wem zusammen? Mit Tom. Mit Tom. Richtig, sehr gut. Und so beginnt ein größeres Katz-und-Maus-Spiel in einem Hotel mit sehr viel Verwüstung, mit, ähm, teils doch lustigen Szenen und, was ich sehr schön fand, mit sehr viel klassischen Tom-und-Jerry-Szene. Also wirklich Sachen, die man schon bei Tom und Jerry in den, in den kleinen Filmchen immer gesehen hat, werden da wirklich sehr gut adaptiert und auch sehr schön nochmal dargestellt. Das ist relativ zu Beginn schon, wo Tom, ähm, Jerry in, in der, so fängt und dann so mit einem Auge so draufguckt, auf die Faust, so, boah, was habe ich drin und macht es dann auf. Und Jerry hockt dran und hat auch die Faust so und guckt mit einem Auge drauf und so, hey, was hast du da? Und sich dann auch so wegdreht, so ganz geheimnisvoll. Also so, ja, genau, genau diese Sachen. Also, genau, aber die sind, die sind absolut ein Klassiker, diese Tom-und-Jerry-Klassiker sind einfach auch mit drin. Oder auch, wenn man, wenn man Spike dem Hund mit dem Baseballschläger eine verpasst und da kommt die Riesenbeule oben raus, dass man dann die Beule wieder reinklopft und sie kommt halt an einer anderen Stelle raus. Also solche Sachen einfach sind mit drin. Und ist auch die Szene drin, dass irgendjemand in einem Gartenschlauch, von einem Gartenschlauch angesaugt wird und sich dann die Beule durch den Gartenschlauch bewegt. Sag ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich will es hier noch gucken, ja. Ja, also das ist schon für, ich sag ich jetzt mal, die ältere Generationen wie uns, die das hier kennen von früher, ist es einfach nochmal der Charme von damals nicht mehr ganz so vorhanden, weil es halt in einem Hotel spielt und alles so ein bisschen realer ist. Aber das macht schon Spaß. Aber ansonsten ist halt der Film, ja, völlig hanebüchen. Es ist hauptsächlich wirklich was für Kids, die da vielleicht ihren Spaß haben werden. Ich fand es ganz cool, dass es so gemacht wurde, dass wirklich die, die konsequent alle Tiere dann einfach animiert sind. Das fand ich, das finde ich absolut cool. Das ist ein absolutes Plus für mich an dem Film. Aber ansonsten kann man ihn sich mal anschauen, auch mit seinen Kids bestimmt. Tut auch keinem weh. Deswegen von mir 5,5 von 10 Punkten. Er lief ja im Kino auch ganz gut, also ich will den sowieso noch gucken, also der Kleine kam schon ein paar Mal an, weil das ist ja bei Sky Q hier mit auf der Startseite so, hey, guck dir doch mal. Aber wir hatten bis jetzt noch keine so richtige Zeit, um mal den Film zu schauen, aber den gucke ich auf jeden Fall noch. Ja, machst du nichts falsch. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, jetzt sind wir schon ziemlich weit. Ich hebe mal meine restlichen zwei Filme noch fürs nächste Mal auf. Ich habe nämlich den neuen Suicide Squad geschaut und den Oscar-Gewinner Nomadland. Die hebe ich dann noch fürs nächste Mal auf. Und dann gehen wir gleich mal weiter in die Charts und in die Neustarts. Mal gucken, was hier in Stuttgart in den Charts ist. Platz 5 ist der Beckenrand, Sheriff, deutsche Komödie. Platz 4 ist The Father mit Anthony Hopkins und Olivia Colman. Der soll richtig, richtig gut sein. Ja, hat auch Oscar gewonnen. Ja, zwei Oscars. Platz 3, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Das ist ja, da gab es doch letztens, gab es schon mal so einen anderen Film von demselben Team. Jetzt haben sie sich wieder eines historischen Werkes angenommen. Ja, habe ich noch nicht viel davon gehört, weiß ich nicht. Ach, Chris, jetzt kommt dein Film. Ja, Platz 2, After Love. Und zwar schon die ersten beiden Filme, After Passion und After Truth, waren echt die Publikums-Hits und lockten jeweils rund eine Million Besucher in die deutschen Kinos. Ja, Tessa ist ein Good Girl, Harleen ist der Bad Boy. Die After-Trilogie. Haha, 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 und jetzt kommt wieder die Witze mit, haha, After, haha, After Love, haha. Ist nicht die Twilight-Trilogie, ist die After-Trilogie. Warum hat man das nicht gleich Popolove genannt, haha, haha, haha. Das hast du gesagt. Ja, tausendfach schon gehört. Ja, tausendfach schon gehört. Vielen Dank für diesen Platz. Platz 1, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings in Stuttgart. Oh, da möchte ich unbedingt eigentlich noch rein, hey. Ja, eigentlich auch, ne? Scheiße. Läuft da vielleicht vor der Sneak morgen. Übrigens, Einspielergebnis in den USA bis jetzt 75 Millionen und Latest Daily 9,7 Millionen. Und ja, Platz 2 ist Candyman mit 10,3 Grad aktuell im Eigenspiel in den USA. Klingt interessant. Was läuft neu an? Was sind so die Top-Filme? Saw 9 am 16.09. Saw 9, Spiral. Ja. Spiral. Saw 9, Spiral. Also, wenn du jetzt sagst, Saw 9, Spiral oder Saw 9, Spiral? Säge 9, Spirale. Drehbuch von Chris Rock. Naja, was kann man da erwarten? Wird wohl lustiger, oder? Ganz lustig besetzt auch. Das glaube ich nicht. Die Trailer sehen sehr geil aus, muss ich sagen. Trailer sieht geil aus. Hatten wir schon mal gesprochen hier. So, Chris, was läuft noch an? Dann läuft Dune an. Dennis Will Neffs Neuverfilmung von David Lynch, der Wüstenplanet, aus dem Jahre 84. Saw allerdings hat wohl teilweise vernichtende Kritiken bekommen. What? Also, ich habe von diversen Leuten in meiner Filterbubble gehört, dass der wohl extrem gut sein soll. Da gab es Previews in Hamburg, in Frankfurt, in München und die haben gesagt, boah, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Wer spielt Sendaya mit, Chris? Gut, wer auch immer da mitspielt, aber und hier der Aquaman. Jason Mamoa. Ja. Je suis Carl, läuft auch noch an. Packendes Drama über eine junge Frau, die nach einem Terroranschlag Halt und Perspektive in der radikalen Bewegung des charismatischen Carl findet. Je suis Carl. Donnie Daco, eine Wiedererführung oder was? Donnie Daco startet nochmal, ja, die Wiedererführung. Herr Bachmann. Dokumentarfilm. Paolo Conte. Via Conte. Okay, also ich glaube, da ist jetzt nicht mehr so viel dabei, weil man konzentriert sich ja immer noch so ein bisschen auf die Top-Filme. Vielleicht, mein Name ist Clitoris, der läuft jetzt an am 16. September. Wie ist dein Name? Echt? Es steht ja bei Filmstarts.de. Ja, ja. Bei Kino.de steht natürlich, irgendwie ist das alles noch nicht so richtig aligned hier. Naja, mal gucken, was uns davon vielleicht im Kino dann tatsächlich erwartet. Und stattdessen haben wir auch ein paar Trailer, die habe ich hier mal reingeschmissen gehabt und geteilt bei uns. Neue Filmtrailer. Filmtrailer Nummer 1 ist der neue, vom schwäbischen Spielberg Roland Emmerich produzierte und gedrehte Film Moonfall. Wo der Mond irgendwie so ganz nah an die Erde kommt, da irgendwie so rankratzt irgendwie so. Hammer geiler Trailer. Also der Trailer ist ja der Wahnsinn. Ich habe es ja im Urlaub mit wackeligen WLAN im Hotel mal auf dem kleinen Handy geschaut. Habe ich den Trailer nicht sogar in die Gruppe gestellt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe irgendeinen Trailer in die Gruppe gestellt, weil er so geil war. Ich glaube, es war der. Du teilst doch mal gerne einen Trailer auf Instagram. Ja, die gucke ich dann da aber nicht, weil die im Quadratformat sind. Das mag ich gar nicht. Ich mag eher so das Kinoformat. Heul halt. Ja, aber ich nutze es als Anregung, mir die dann rauszusuchen und dann mal im Querformat zu schauen. So ist es gedacht, Erik. Nur so. Nicht anders. Und der Trailer sieht schon Hammer aus. Es ist wieder so Roland Emmerich at its best, oder? Ja, mega. Ja, also allein die Story ist schon sehr geil. Und dann, wie das auch umgesetzt ist mit der Natur. Also die Zeiten, wie die Meere darauf reagieren, dass der Mond immer näher kommt. Und es ist so gut gemacht. Also wenn der Film so ist wie der Trailer, also durchweg so gut ist wie der Trailer, dann wird das ein richtig geiles Meisterwerk. Das ist wieder so ein Kinofilm. Der braucht wieder das Kino. Auf jeden Fall. Ich finde Roland Emmerich, also außer jetzt diesem einen, wie hieß denn der 2000 vor unserer Zeit oder so, mit diesen Urmenschen. Die anderen Filme von ihm, die brauchen irgendwie immer das Kino, die große Leinwand. Das ist irgendwie so. Also ich glaube, der denkt schon, während er das dreht, okay, wie kann man das wirklich, dass es möglichst groß aussieht auf der Leinwand. Und das macht er einfach so gut immer. Ich bin so ein Fanboy von seinen Filmen. Jetzt nicht von allen, aber der hat bei mir immer noch so viel Credit, dass ich trotzdem seine Filme selbst bei 2012 oder wie der hieß, der war echt schlecht oder so. Hat es bei mir noch nicht ganz so versaut. Ah, ich finde 2012 jetzt nicht so schlecht. Uh, hast du den nochmal geguckt? Ja, mittlerweile kannst du den nicht mehr gucken, aber damals war er gut. Ja. Die Wölfe. Die Wölfe, oh mein Gott. Das war aber was an, die Wölfe war aber, meinst du 2012 oder meinst du The Day After Tomorrow? Ah, das war The Day After Tomorrow, Entschuldigung, ja. Ja, weil da waren die Wölfe nämlich richtig, richtig mies. Ganz was drauf. Ja, warte mal, ich suche gerade mal, wann der vielleicht dann im Kino läuft, ob es da schon einen Starttermin gibt. Habt ihr das irgendwie im Sinn? Ich habe keinen gesehen. Also steht da Post-Production 2022. Also ich glaube gerade heutzutage legt man sich da noch nicht zeitig fest, aber üblicherweise, sage ich jetzt mal, kommen ja diese Filme in der Nähe des Independence Days ins Kino, wenn in den USA auch so ein Wochenende ist, wo viele gerne ins Kino gehen. Und da könnte ich mal denken, dass er so Anfang Juli dann ins Kino kommt und bin ich gespannt drauf. Also habe ich Bock drauf, will ich sehen, bin ich dabei. Genauso wie bei dem folgenden Trailer, der bei euch nicht so gut angekommen ist. Und der neue Matrix, Matrix 4, nachdem Matrix 3 mich sowas von enttäuscht hat. Matrix 2 ja auch schon so ein bisschen, aber da gab es immer noch echt coole Szenen. Und das geht bei Matrix 2, ist bei mir wie Armageddon, den kann ich bis zu einem bestimmten Punkt, kann ich den gucken. Danach mache ich den aus, weil danach kommt nur noch Scheiße. Und bis dahin finde ich den aber richtig, richtig gut. Und Matrix 3 ist einfach nur Scheiße mit dieser Party da unter der Erde. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, um was es in Matrix 3 geht. Den ersten kenne ich noch in- und auswendig. Den zweiten, da wird es schon extrem schwammig, da habe ich richtige Lücken, was der Inhalt ist. Aber den dritten, ich weiß nicht mehr, ob ich den dritten gesehen habe. Also Matrix 2 kann man, also die Szenen, die man nicht gucken kann, sind die, wo der dann im Raum ist mit diesem Architekten, dieses Dummsülzgelaber da, mit dem ganzen Bildschirm und so. Das ist einfach unerträgliche Scheiße. Und man hätte schon gewarnt sein können, aber wir haben gedacht, damals alle, die wir den gesehen haben, wir haben ja vermutet, wie geht es weiter mit Teil 3? Es war ja schon klar, es kommt Teil 3, die haben ja Back-to-Back gedreht und so. Haben gedacht, okay, das wird noch richtig gut, dann Vermutung angestellt. Und dann war es einfach nur ein Riesenkürze dann, der dritte Teil. Ganz himmelschreiende Scheiße. Ich glaube, ich muss das nochmal angucken. Nee, musst du nicht. Ich weiß das alles nicht mehr. Nein, ich meine auch den ersten und den zweiten, das ist so weit weg bei mir. Das ist Jahre her, dass ich das gesehen habe, also wenn nicht sogar Jahrzehnte mittlerweile. Echt? Also ich gucke den immer mal wieder, also speziell den ersten. Und den zweiten auch, der lief ja letztens auf Sky, hatten die ja mal, die Matrix-Filme. Und den zweiten schaue ich immer echt gerne an, bis zu einem bestimmten Punkt. Und ich kann es nicht genau fassen, welcher Punkt das ist bei Armageddon, weiß ich das ganz genau. Aber hier, nee. Ja, und ich finde den vierten eigentlich ganz cool, dass er quasi wieder in der Matrix gelandet ist und da quasi irgendwie wieder rauskommt und hin und her springt und so. Ah, ich hoffe, dass sie es gut hinkriegen. Ich glaube, die haben so viel Scheiße abbekommen und jeder, dass die einfach wissen, worauf es ankommt bei Matrix. Und jeder wird einfach geile Kämpfe sehen und ein bisschen Mystologie, aber nicht zu viel und nicht zu viel überfrachtet mit Story und so. Ich hoffe mal, dass die mittlerweile, sind die eigentlich beide weiblich jetzt? Die Wachowski-Schwestern mittlerweile, ja, ne? Die haben beide irgendwie den Transfer durchgemacht. Ja, dass die Wachowski-Schwestern das einfach sich annehmen. Wir haben, die haben ja auch sonst nichts geliefert in der Zwischenzeit, ne? Also. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie so eine Art Verzweiflungstat ist, diesen Film jetzt zu machen. Einfach um wieder, um wieder was zu machen. Und für, für, äh, Keanu Reeves einfach, um wieder diese Rolle zu spielen, weil mit der hat er einfach am meisten Erfolg. Ich weiß nicht. Na, bin nur Teppel aufgeschlecht. Moment, 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 John Wick. Also, wenn es einer, also, wenn einer, also, der hätte es am wenigsten nötig gehabt, glaube ich, von denen. Ich glaube, hier die, die, die Carrie-Anne Moss, die hat danach auch nicht mehr viel. Aber wenn du überlegst, hier diese, äh, die mittlerweile, ja, Wachowski-Schwestern, Lana und Lilly heißen sie. Ähm, mit, was, was haben die gemacht? Speed Racer, äh, Jupiter Ascending, äh, dann hier diesen, äh, Cloud Atlas. Oh, der war furchtbar. Der war furchtbar. Da kam ja nix mehr. Also, da kam ja nur noch Quatsch. Und, ja, ich hoffe einfach, dass es jetzt gut wird. Ich würde es mir wünschen, weil ich finde es einfach eine, eine echt cool und stylisch. Und da kann man so viel reinpacken. Und ich, ich hoffe, dass es gut wird. Ich, ich wünsche mir, dass es gut wird, dass es gut wird. Ich will lieber, dass Moonfall gut wird. Ja, beides, soll alles gut werden. Das Matrix ist mir eigentlich egal. Darf ich mal ganz kurz sagen, dass der Matrix-Tweller mich überhaupt nicht abgeholt hat. Hatte ich ja schon. Ich fand den jetzt, fand den schon ganz nett, aber, hm. Mich hat er abgeholt. Ich war, wo ich ihn gesehen habe, in diesem John-Wicks-Style, ähm, und wenn er da vielleicht auch, er will natürlich auch jetzt nix verkacken mit, mit, mit Matrix, mit seinem Wiederauftreten, dort. Und ich glaube, ja, ich, ich hoffe, dass es so ein bisschen John-Wick-mäßig in der Matrix wird. Es sah ja auch ein bisschen nach Cyberpunk aus. Chris, du wirst vielleicht kennen, was ich meine da. Ja, 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 ja. Und, ey, wenn die das hinkriegen, so dieses Cyberpunk-ige John-Wick in dieser Welt und du kannst da reinspringen, kannst dort alles machen und, ja, dann so dieses asiatische Fliegen und Kämpfen und so. Oh, ich würde es mir so wünschen, dass es gut wird, aber vielleicht sind meine Erwartungen dann auch zu hoch, dass ich dann doch wieder enttäuscht wäre. Aber wir werden sehen, wir werden sehen, befindet sich in der Post-Production, ist theoretisch noch angekündigt für 2021. So, schauen wir mal. Vielleicht kommt es ja noch. Zu Weihnachten. Ja, mal gucken. Der Anti-Weihnachtsfilm. Ich werde beide Trailer verlinken in den Shownotes, ähm, liebe HörerInnen. Dann könnt ihr mal einen Blick da reinwerfen. Ich bin gespannt, was ihr findet, yay oder nay, Mondfall, Matrix. Mal gucken. Und jetzt haben wir noch einen ziemlichen Part mit Serien. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen rauskürzen. Ich kann meine auch nächstes Mal machen. Ja, bei mir geht es ganz schnell. Serien. Bei dir geht es ganz schnell. Einfach mal in den Trenner reingelabert, voll gut. Schieß los. Heide würde auch schnell gehen, aber. Ich habe es noch nicht geschaut, ich war ja im Urlaub. Es geht ganz, sag schnell. Also ich fange mal ganz kurz an, weil es passt kurz zusammen. Ich hoffe, es ist okay für dich, Kate, wenn ich mich jetzt einfach kurz vornehme. Ja, ja, mach nur. Jerks sind zurück. Es blieben sich dabei. Es sind ja in Ulmen und. Nein, bisher noch nicht. Und Fahri, ja, die sind zurück. Und es ist alles noch viel schlimmer als bisher. Ich bin tatsächlich mit einer Folge, dem Ende einer Folge, überhaupt nicht einverstanden. Der Erik wirst es noch gucken. Deswegen wird er das, denke ich, auch so sehen. Wo gibt es das TVNOW oder irgendwo war das, ne? Oder in die Seven-Line. Wie heißt es? Ach, join, ja. Join. Ja. Ich habe es jetzt dreimal nur gesagt. Ist egal. Erik hört nicht zu. Wie in der Schule. Wo die das noch war? Der kleine Erik hört einfach nicht zu. Netflix, ne? Join. Ja, genau. Muss man auf Amazon einkaufen, oder? Join. Join, das einzige Abo, das ich besitze und ich bezahle. Und ich nutze. Also, sie sind zurück. Es ist so derbe wie gewohnt. Es ist so auf den Punkt daneben. Und so gewaltig daneben teilweise. Und du hockst einfach nur dran. Es ist jetzt, nein, Christian macht das nicht. Christian, er macht das. Oder Fahri, nein. Nein, zack, das jetzt. Fahri, das meinst du jetzt nicht ernst. Fahri, nein. Fahri, tu das doch. Oh mein Gott. Er macht das wirklich. Es ist so viel Fremdschämen. Es ist so unfassbar awkward schon wieder. Es ist sogar passiert, dass gestern Kate eine Folge mitgeguckt hat. Anderthalbfolgen. Anderthalbfolgen und sie saß eigentlich kopfschüttelnd vorm Fernseher. Das machen wir doch gerade nicht. Das ist doch nicht einfach. Nein, wie awkward. Die Szene hat sich nur angedeutet. Und ich wusste, worauf es hinaus will. Und ich habe schon den Facepalm gemacht. Weil ich gedacht habe, nein, ach komm. So dumm. Das ist also unfassbar für alle, die die schon gesehen haben. Und das genauso feiern wie ich. Natürlich absolut geil, um das weiterzugucken. Erik, du wirst versinken mal wieder. Okay. Weil es einfach abartig gut ist. Aber wie gesagt, es eine Sache gibt, eine Entscheidung gibt, mit der bin ich überhaupt 0,0 einverstanden. Wird ein Lehrer getestet? Es gibt sogar einen Lehrer jetzt. Aber das ist so ein richtiger Dulli. So ein Lappen. Das ist unfassbar. Weil du immer sagst, da gibt es erst wenige Folgen oder was? Das gibt es so peu a peu? Pro Woche gibt es zwei Folgen. Ah, okay. Und jetzt ist glaube ich, es sind jetzt sechs Folgen oder so. Jetzt ist es glaube ich sechs, oder? Okay. Ja, also nicht wundern, es geht halt quasi mit Folge zwei los. Weil das Weihnachts-Special war ja die erste Folge. Also könnt ihr gucken. Das war ja schon. Auf Disney Plus habe ich gehört. Ja genau, auf Disney Plus. Du brauchst halt den Zugang von Netflix. Den kriegst du bei Amazon Prime. So. Ja. Gibt es dann noch. Kann man auf DVD bestellen. Ja genau. Oder als VHS-Videokassette ausleihen. Wie damals. Floppy Disc. Wie damals. Alte Herren erzählen vom Krieg, als man sich die VHS-Kassetten von neuen Akt X folgen, weil die noch nicht in Deutschland gelaufen sind, gekauft haben. So. Damit zusammenhängt, gibt es auf Sky, weil Sky hat jetzt einen neuen Sender gestartet, Sky-Documentaries. Ja, aber liebe Hörer, wie ihr merkt, ich bin umgeben von Klugscheißern. Was soll ich tun? Es gibt zwei Sender, du hast es falsch genannt. Bitte gebt mir mal Tipps, wie man mit solchen Menschen umgehen kann. Vielen Dank im Voraus. Erreicht mich unter chris.kino-cast.net oder einfach einen Kommentar unter dieser Folge. Bitte. Aber Chris, du hast gerade gesagt, es gibt einen neuen Sender Sky-Documentaries. Zum anderen lassen sie mich nie ausreden. Aber das läuft auf dem anderen Sender. Müsst ihr alles besser. Klärt das mal intern bei euch. Okay, also, es gibt da eine Doku-Serie, die heißt Safari mit Fahri Yardim, der sich da auf die, ja, du lachst schon, guck, und das ist genau das. Und wenn du das jetzt schaust und quasi gleichzeitig nebenher Jerks schaust, dann ist es echt ein Problem, weil du denkst die ganze Zeit, oh Gott, Fahri, nein. Fahri, bitte sag das nicht. Fahri, wie hast du das? Du hinterfragst ihn automatisch. Und der ist da in der Serie, in dieser Doku, allerdings teilweise echt so geerdet und so ehrlich auch. Und spricht einfach auch gute und richtige Sachen an. Ich habe jetzt die erste Folge gesehen, da geht es um die Erde, die spielt hauptsächlich, Achtung, in Thüringen. Im Thüringer Wald und solche Sachen. Also, Erik, für dich auch so ein bisschen. Nee, ist schön. Nein, nein, es ist echt, es ist echt cool. Es ist wirklich cool. Also unbedingt mal reinschauen, es ist wirklich cool. Nur halt vielleicht nicht zeitgleich Jerks gucken. Das versaut uns komplett. Also ist das so, jemand reist durch irgendwas und redet da mit Leuten oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, er redet da mit Leuten auch, genau. Also er ist im Wald, am Anfang gesetzt, in der ersten Folge bei der Erde, ist er bei einem Höhlenforscher, krabbelt durch eine Höhle, erschrickt sich da vor irgendwas, was nicht da ist. Er flucht relativ viel. Mit der was? Ein Saalfelder Feenkrotten oder was? Ich werde es mir machen. Nee, auch irgendwo hinzunehmen. Ja, guckst du mal an, dann trifft er noch so eine Rangerin, dann ist er auf einem Bauernhof, die nicht nachhaltig arbeiten, sondern, wie haben sie es, nochmal eine Stufe weiter. Also die, die machen komplett alles selber, als dass die Erde sich auch, nein, dass die Erde sich auch da gleich mit erholt und blib blub, also auch richtig cool. Und dann nochmal zurück, Baum umarmen im Wald und da die Natur fühlen und dann eine Moorwanderung ist auch noch drin. Also sehr cool, wirklich, echt mal anschauen, ist halt, Fahri flucht halt ab und zu, weil wirklich, und das ist, wo ich sag, okay, vielleicht muss man es nicht unbedingt mit seinem Kind gleich angucken, weil Papa, was bedeutet, fickt die Henne, viel Spaß beim Erklären. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehenswert, nur halt vielleicht losgelöst von Jerks gucken, das war jetzt mein Tipp. Und das Schöne ist, es ist nicht gescriptet. Es ist nicht gescriptet. Hm, ich höre nichts mehr. Da war sie plötzlich weg. Ja, nee, erzähl weiter, mach dich ein bisschen im Hintergrund gehört. Ja, ähm, die meisten Dokumentationen sind ja irgendwie gescriptet, dass der, dass der halt erzählt, was er da jetzt durch den Wald läuft und was er da sieht und so. Und, ähm, bei Fahri ist das halt gefühlt gar nicht so, weil der, der kommt auch ständig ins Stocken und, und verhaspelt sich und weiß gar nicht, wie er das jetzt ausdrücken soll, was er da gerade fühlt. Und das fand, das fand ich halt auch sehr charmant. Ähm, ja. Und es sind zwei Scandals, zwei Sky-Sender. Der heißt, einer heißt Sky Nature, da kommt diese Serie oder diese Dokumentation und es gibt noch Sky-Documentaries. Sky-Sender, da laufen nur Dokus. Habe ich auch schon entdeckt. I like Descender, beide sind cool, kommen gute Sachen. Ja, es gab ja vorher schon im Paket so Discovery und sowas, habe ich auch immer viel geguckt. Oder Spiegel-TV-Wissen, finde ich immer sehr schön. Und, ähm, tja. Na gut, ähm, dann heben wir uns die restlichen Sachen dann für nächste Woche dann auf, weil wir schon relativ weit fortgeschritten sind in der Zeit hier. Ich möchte noch eine Sache kurz sagen. Schieß los. Ted Leso ist die großartigste Serie, die es je gab. Ja. Das unterschreibe ich. Das unterschreibe ich. Knallhart. Ich musste weinen bei der letzten Folge. Es war so schön. Ja, war echt, also die, ich weiß nicht, welche Folge, das war eine Folge davon, ähm, die, ich komme jetzt nicht drauf, vielleicht sprechen wir uns beim nächsten Mal nochmal an. Die war auch irgendwie von, von jemandem geschrieben, der das Ganze irgendwie betreut hat. Oder irgendwie, das hatte ich gelesen da. Und das war auch so irgendwie gefühlt die Essenz von Ted Leso war in einer Folge drin. Und fand ich echt gut, da war irgendwie alles drin. Ja, ähm, wer übrigens dem, dem Herrn hier, ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, wie heißt er, der, der Schauspieler jetzt bei, bei Sky ist in der, in der Serie Ted Leso? Weißt du, wen ich meine hier, den? Ja, der Kleine. Ne, nicht der Kleine, der bei Sky ist, ähm, der, 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 der Moderator, der dann hingeschmissen hatte, der ehemalige Fußballer von der Mannschaft, jedenfalls der, der, genau, Roy Kent, der, der, der Schauspieler, der hat einen sehr coolen, ähm, Instagram-Account und da gibt's gerade so eine, so eine Diskussion auf Reddit, ob der überhaupt echt ist, weil der sieht in der, in der Serie Ted Leso wohl immer so, ja, so, so glatt aus, so wie FIFA-mäßig, irgendwelche Einspieler und sowas. Und da gibt's, äh, Vermutungen, dass der gar nicht echt ist, dass der Computer generiert ist und so und da gibt's dann, äh, riesen Threads dazu, wo dann irgendwelche Screenshots gepostet werden, wo der wirklich sehr unecht aussieht, dann in diesen Sets drinnen, weil der auch immer nicht so viel sagt und so. Und der hat aber selber einen Instagram-Account, wo er das selber ein bisschen auf die Schippe nimmt, diese ganze Mimerei, die da mit ihm getrieben wird. Und, äh, der hat jetzt auch schon so ein paar coole Bilder gepostet, wahrscheinlich schon so als Ausblick für die nächste Staffel aus Stadien und so weiter. Also, find ich echt cool. Ich komm grad nicht auf den Namen von dem, wer ich aber auch mal mit. Brad Goldstein. Ja, Brad Goldstein, ja. Also, einfach mal, ich glaub, at Brad Goldstein oder so, der mit dem blauen Häkchen ist es, ja, da gibt's etliche Fan-Accounts oder so. Mr. Brad Goldstein. Folg dem mal und, also, wer Ted Leso mag, muss ihm unbedingt folgen. Okay, dann sind wir ja schon so weit durch mit den Sachen, die wir so gesehen haben und ich freu mich dann auf das Rätsel. Hast du was oder überspringen wir das heute? Ich hab was, natürlich hab ich was. Was, was ist das denn für eine Frage? Hallo, Guts oder Glauben wird heute gespielt. Ich bin ja übrigens, glaub, in einer der nächsten Wochen mal im Sneak-Pod zu Gast bei unseren Freunden da aus Frankfurt. und, ähm, da mach ich bei denen auch so ein Rätsel. Mal gucken, ob die was wissen. Hört da mal rein. Aber jetzt erst mal die Krass dran. Mal gucken, ob die was wissen. Okay, alles klar. Ja, ich glaub, die was wissen nicht. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei... Das können die nicht. Bei Guts oder Glauben. Heute haben wir wieder zwei Kandidaten oder eine Kandidatin und einen Kandidaten. Ich begrüße ganz herzlich die Kate. Hallo Kate. Yo, peace, yo. Und ich begrüße ganz herzlich den Erik. Hallo Erik, wunderschönen guten Tag. Ja, hallo. Ja, hallo. Vielen Dank. Das Konzept ist ganz einfach. Ich werde bis zu drei Fragen stellen. Eines sind in dem Fall Ja oder Nein Fragen, also Gut oder Klump Fragen. Wenn am Ende Gleichstand herrscht, gibt es eine Schätzfrage für die beiden. Also heißt es wieder zur Sache Schätzchen. Und dann schauen wir mal, was da rumkommt. Die erste Frage geht um einen Schauspieler, den wir heute auch schon hatten in einem Film. Und zwar in The Ice Road haben wir über Liam Neeson schon gesprochen. Und meine erste Frage an euch beide. Und als erstes antworten darf die Kate. Liam Neeson hatte eine Rolle in der Serie Miami Vice. Ja oder Nein? Also Gut oder Klump? Ja, ich glaube schon. Achso, ja, der neue war ja ein Film. Ja, ich glaube schon. Ich sage Nein. Kate sagt Ja, Erik sagt Nein. Damit steht es 1 zu 0 für Kate. Weil er hatte tatsächlich eine Rolle dort. Die hat er bekommen über Robert De Niro, weil er den kennengelernt hatte damals, die sie zusammengespielt haben. Robert De Niro hat ihm dann quasi die Rolle in Miami Vice mehr oder weniger verschafft, weil er da mit Produzenten und Pipapo. Und Liam Neeson wird von Sonny Crockett erschossen. Also hat er mal einen Bösen gespielt. Ja, er hat einen Bösen gespielt. Hast du noch die Folge? Damit steht es 1 zu 0 für die Kate. Also die Folge, weil ich habe alle Folgen nämlich hier, also ich habe alle Folgen auf DVD. Ja, Erik, du musst schon ein Rewatch machen, um das rauszufinden. Ich bin da totaler Fan, ja. Es wundert mich, dass ich es nicht weiß, aber wahrscheinlich war der noch sehr, sehr jung damals. Das ist natürlich echt traurig. Aber gut, das kann ich selber recherchieren, das gucke ich mir nochmal an. Ja, vielleicht guckst du mal an. When Irish Eyes Are Crying, glaube ich. Oh, okay, würde ja passen, ja. Staring a baby-faced Liam Neeson. Also, When Irish Eyes Are Crying. Okay, Frage Nummer 2. Es geht auch um einen Schauspieler, den wir heute hier schon besprochen haben, mit über den wir heute schon gesprochen haben. Es geht um Fahri Yardim. Und zwar, Fahri Yardim hat für einen Film ein komplettes Musikalbum aufgenommen. Ja oder nein, Erik, ja oder nein? Ja. Ja, Kate? Nein. Fahri Yardim hat tatsächlich für einen Film schon gesungen, allerdings nur einen Song, kein komplettes Album. Und zwar für alle, das sind männlich, hat er First Day of My Life gesungen und nicht ein komplettes Album aufgenommen. Ich weiß, dass er gesungen hat. Das ist ja fies, ja, komplettes Album. Es wurde gefragt, ob er ein komplettes Album aufgenommen hat und ich habe nein gewonnen. Das ist ja fies, Alter, es wird mal reingetrickst hier. Es steht 2 zu 0, ich habe gewonnen. Ja, Kate hat eigentlich schon gewonnen, wollte trotzdem noch die dritte Frage und die Schätzfrage hören. Das ist ja fies, ja. Natürlich. Frage Nummer 3 geht auch um was, was wir heute schon... Es ist immer schön, dass Erik so ein guter Verlierer ist. Ich bin ein noch schlechtere Gewinner, was denkst du? Ja, das... Frage Nummer 3 geht um Tom und Jerry, weil Tom und Jerry sollten ursprünglich Jasper und Jinx heißen. Stimmt das oder nicht? Die spielen nicht mehr mit hier. Nein, nein, das stimmt nicht. Bestimmt. In der Tat sollten Tom und Jerry ursprünglich Jasper und Jinx heißen. Sie ist da. Ja, Jasper und Jinx wahrscheinlich. Da gab es bestimmt viele verschiedene Niamsvorschläge, wie die heißen sollen. Und jetzt kommt noch die Schätzfrage. Die ist wirklich interessant. Wie viele Oscars haben Tom und Jerry schon gewonnen? Oscars? Wie viele Oscars haben Tom und Jerry gewonnen? Da gab es doch einen Film schon mal. Ja, bestimmt. Es gab schon Kinofilme von Tom und Jerry. Du kriegst ja... Weil Oscars gibt es ja nicht für Serien oder so für sowas. Jaha, jetzt bin ich gespannt. Ich sag kein. Kein? Kate? Zwei. Damit ist Kate näher dran. An? Weil insgesamt gab es für Tom und Jerry sieben Oscars. Echt? Für was jetzt? Bester Animationsfilm oder bester Kurzfilm oder was? Animationskurzfilm oder? Ich lese ganz kurz vor, was hier steht. Die Academy of Motion Picture Arts and Science loved Tom und Jerry just as much as the kids in the audience. In total 13 Hanna-Barbera Tom-and-Jerry-Cartoons earned an Oscar-Nomination in the Short-Subject-Cartoon-Category. Eight of them would win a trophy. Aber sie haben insgesamt sieben gewonnen, weil der eine Oscar war für Yankee-Doodle-Maus. War dann der erste, wo sie wirklich was bekommen haben. Aber sieben Stück haben sie gewonnen. Beste Animations-Kurzfilm. Ja gut, damals gab es noch nicht Pixar, die einfach mal alles abrollen. Ja, richtig. Wahrscheinlich haben diese einzelnen Episoden auch als Kurzfilme gezählt. Ja, eben. Oder unsere Ludwigsburger Filmakademie, die ja immer gute Kurzfilme liefern. Oder hier gewisses Benztown hier. Ja, Benztown. Ja, aber krass. Schönes Rätsel. Ich mag das immer, wenn Sachen kommen, die ich echt nicht weiß. Da habe ich wieder was gelernt. Haben wir wieder was gelernt, sagt Markus Kafka immer. Sehr schön. Haben wir wieder was gelernt. Tolles Rätsel. Aber das nächste Mal die Kate dran. Da müssen wir uns wieder intensiv auf Harry Potter vorbereiten, Chris. Ich sage es euch, ich mache euch echt mal sowas von fertig mit Harry Potter Rätsel. Also die ganzen Harry Potter Kanon hier, inklusive fantastische Tierwesen und was es da nicht alles gibt hier. Okay. Ihr habt es beschrieben, ihr kriegt nächste Woche Harry Potter um die Ohren gehauen. Und zwar, das ist krass. Da kommt dann so, wie viele Haare hat ein Niffler? Nein. Aber nicht vergessen. Ich habe alles gesehen in Leile. Außer fantastische Tierwesen. Ich werde ins Detail gehen. Ihr kriegt nächste Woche ein Harry Potter Rätsel. Das habt ihr euch jetzt verdient. Um Himmels Willen. Danke, Erik. Sehr nett von dir. Tanz, hast du ganz toll gemacht. Um Himmels Willen. Okay. Naja, dann gucken wir mal jetzt in die Musik-Ecke, was wir da noch so haben. Music. So, von mir. Ich packe auf die Kinocast-Songs-Playlist auf Spotify, die ihr bitte alle abonniert. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr auf Spotify habt. Von Sting, Featuring Chapmami, Desert Rose, weil ich ja im Urlaub war und so. Das habe ich dort auch gehört. Das lief dort mal. Und passt sehr schön. Sehr schönes Lied. Ich habe von Scott Joplin, The Entertainer, weil wir es einfach vorher auch davon hatten. Ah, ja. Für mich eins der schönsten Klavierstücke, die es gibt. Ich höre das total gern. Da habe ich immer gute Laune dann. Ich packe mal wieder was von Panic at the Disco auf die Liste. Und zwar diesmal Death of a Bachelor. Das kenne ich nicht. Da werde ich nachher mal reinhören. Sehr schön. Dann kommen wir in den Bereich Sonstiges. Also Kommentare gab es nicht, soweit ich es gesehen habe. Doch, es gab auf Facebook einen Kommentar. Okay. Dass man bei uns keine Filme mehr runterladen kann. Ach so. Schade. Da habe ich sehr gelacht. Er hat wieder jemand Kinocast mit der illegalen App verwechselt, die übrigens später an den Start gegangen ist. Also uns gab es eher als Kinocast. Wo hast du das gesehen? Fand ich aber sehr schön. Hat es jemand? Auf Facebook war das da. Auf Kinocast Facebook-Seite oder was? Ja, ja. Irgendwas von wegen, kann man gar nicht filmen laden, funktioniert gar nicht mehr. Okay. Alles klar. Machen wir das doch per Klarname öffentlich. Das ist immer gut. Wir werden den Namen mal weiterleiten an die entsprechenden Stellen. Genau. Da kamen auch ein paar mal schon solche Tipps. Hey, wo finde ich den Download und so weiter. Von der App hier. Das geht nicht. Wie installiere ich das auf meinem Samsung XY? Ja. Ein Hinweis noch. Hier, hier, hier. Ich habe es gefunden. Von Petra S. Das ist der letzte Scheiß, da kann man auch nichts gucken. Ist das als Kommentar zu irgendeinem Beitrag, zu einem bestimmten, oder? Ja, das ist aus dem, ähm, oder ist das als Nachricht? Das ist aus dem Tobis mit Henriette Wandersdings vom 20. August ist das. Ach du heiliger, 20. August. Vor drei Wochen wurde kommentiert. Das ist der letzte Scheiß, da kann man auch nichts gucken. Ja, sorry, dass unsere Filmeplattform hier nicht mehr so funktioniert. Der geheime Bereich hinter der Seite ist ja alles hier nur fake, ne? Oh mein, oh mein. Die Kate hat ja zuletzt, glaube ich, für die Lift so bei Heimkino-Tipps geschrieben. Ja. Und ich bin jetzt mal wieder angefragt worden, also die wechseln wir mal so ein bisschen durch. Ist natürlich sehr schwer jetzt Heimkino-Tipps zu finden, weil wir sind jetzt gerade in dieser Phase drin, bei den Heimkino-Releases, die in den Lockdown der Kinos gefallen sind, also gibt es nicht allzu viel. Ich habe mir trotzdem drei aus den Fingern gesaugt. Die dürfte dann in der nächsten Ausgabe der Lift, die für den Oktober ist, also die wird jetzt irgendwann Ende September, denke ich mal, erscheinen, dann nachlesen und da sind ein paar Sachen dabei. Die haben wir auch alle schon hier im Kinocast besprochen. Und genau, habe ich dann ein bisschen, also ich glaube, bei zwei der drei Filme waren wir unterschiedlicher Meinung. Das habe ich auch versucht, ein bisschen abzubilden in meiner Beschreibung, dass das wahrscheinlich nicht jedermanns Sache ist. Aber bei dem anderen waren wir uns einig. Lasst euch überraschen, wenn ihr hier in dem Einzugsgebiet des Ländlis lebt, dann könnt ihr die Lift überall kaufen, was eh empfehlenswert ist, weil da sind immer gute Tipps drin, was man hier in Stuttgart so unternehmen kann. Und ansonsten, wer außerhalb wohnt, mal einen Bahnhofskiosk gucken oder so. Vielleicht gibt es die da. Das werden halt auch immer wieder Stuttgarter Kleinunternehmen vorgestellt und Läden, von denen wir vorher noch nie was gehört haben, werden da vorgestellt. Und das finde ich richtig, richtig cool. Genau, so Klamottenlabels und so hatte ich das letzte Mal gesehen, die völlig nachhaltig und so. Da habe ich mir auch mal ein Short geholten. Ja, sehr schön. Und nochmal vielen Dank an alle, die uns auf den diversen Plattformen unterstützen. Schätzen allen voran natürlich unsere Patreons, die da immer einen kleinen Beitrag in den Hut werfen, damit die ganze Sache hier am Laufen bleibt. Und vielen Dank an alle, die den Kinocast fleißig teilen in den sozialen Medien, die uns weiterempfehlen. Die auch mal irgendwo auf iTunes oder so mal eine Rezension schreiben mit fünf Sternen und so. Das hätte man auch gerne mal wieder, könnte man machen, falls ihr uns gerade entdeckt habt. Nicht nur auf Spotify hören, weil das fliegt so ein bisschen unterm Radar, weil da kann man ja nicht kommentieren und da gibt es gar nichts irgendwie. Und die Statistiken sind auch schwer einsehbar von außen. Also die fallen nicht mit in die normalen Statistiken rein hier von der Webseite. Also dann geht ruhig mal auf die Homepage kinocast.net und lasst mal einen Kommentar da oder einen von den vielen Plattformen. Ihr habt gehört, wir haben schon für nächste Woche viel aufgeschoben. Also da gibt es auch schon wieder ein volles Programm. Hört dann mal rein. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen, liebe Hörerinnen und Hörer. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Macht's gut. Bis bald im Kinocast. Tschüss. 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 Tschüss.